hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele mal wieder free fire max es ist eine vor produktion sage ich jetzt mal also ich spiele heute am zehnten zwölften und ja weil ich in urlaub bin deswegen ist das eine produktion ich werde wie immer ein battle royale und ein clash squat spielen und dann würde ich mal sagen viel spaß ok wir starten mit dem battle royale im flugzeug schauen uns mal kurz gegner hier an hier steht nirgendwo ein name also könnte es gut aus sein dass es alles kieler sind ich gehe mal davon aus dass es alles k.i. umso leichter für uns dann schauen wir mal wo ist der blaue fleck dahinten ist er genau auf der anderen seite ach das dauert ewig bis ich da bin da ist er bei 600 springen ab ich habe mein ich habe den jedi als haustier nicht den adler sonst wäre auch schon er rausspringen können aber ich sage mal jetzt das müsste reichen da ist einer bei mir zwei leute bei mir ich hoffe die man am anfang nicht so viele probleme zumindest ich hoffe die warten bis ich bisschen ausgerüstet bin oh da wartet einer nicht ok der hat auch nicht gewartet aber ich glaube das waren beide spieler gewesen ich denke mal nicht dass das k.i. war auch schön eine oh schön Dann schmeißen wir schon die Sachen raus, die wir nicht brauchen. Eine Torge wäre jetzt auch noch super. Dann habe ich meine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe. Scheint es als ob ich keine Torge hätte. Ich habe auch nur einen Ranzen Level 2, der wäre auch noch ein bisschen besser, wenn ich einen Level 3er hätte. Weste Level 3 habe ich doch schon. Alleluia! Da steht da. Zweite mal getötet. Den gleichen. LOL. Upsa. Einmal nachladen. Da sind Pilze. Werden wir auch mal gleich futtern. Nehmen wir auch mal die Schrottwinte. Wir sind im Gebäude drin. Dahinten scheint einer die Kiste zu looten. Pilze habe ich voll. War da einer? Ne. Dann einmal schon hier durchjagen. Schauen. Ob ich meine Torge finde. Oh ja. Da ist sie doch schon. Zack. Geh. Okay. Ich denke mal. Jetzt sind wir sehr gut ausgerüstet. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen aufpassen. Da oben hat hier einer die Kiste gelootet. Und in der Kiste ist ja meistens immer Level-4er Sachen drin. Ich sehe keinen hier rumhüpfen. Keinen rumlaufen. Scheint sicher zu sein. Da ist nichts. Ich möchte da hinten zu den Häusern hinlaufen. Also die Waffe, die ich hier habe, die Fernkampfwaffe, die Sniper, die ist schon richtig gut. Allerdings, wenn man nicht richtig trifft. Es dauert zu lange das Nachleihen im Unterschießen. Und das ist ein großer Nachteil bei der Waffe. Ich mache mal mein Eiswahl rein. Meine Glühwahl. Das ist Level-3er Ranzen. Das ist schön. Okay. Langschleichen. Es sind nur noch neun Spieler drin. Oder KI. Nase juckt. Auch gut. Auch gut. Da ist einer gesprungen. Ah. Er kam da hinten raus. Der hat mich gesehen. Was ist er? Okay. Wo ist er hin? Nein. Ja, ich müsste mir auch mal das Schild holen. Schauen wir uns das Ende noch an. Ich glaube, wir waren fünfter gewesen. Können wir auch täuschen. Könnte auch der sechste sein. Die nimmt nichts von meinen Sachen. Okay. Ich hätte in den Nahkampf gehen sollen. Guck mal, die hat eine Fernkampfwaffe und eine MP40. Äh, M4. Wie heißt die? Ich habe es vergessen. Der ist gleich weg. Ich denke nicht, dass er gewinnen wird. Er oder sie. Buoyan 19. Und den läuft da rechts. Hat er nicht gesehen? Ich glaube, das ist ins andere Haus da reingerannt. Ja, jetzt musst du schwimmen. Jetzt hast du einen Nachteil. Du könntest natürlich auch dein Bordrohr da. War er da? Oder war es nur eine Kiste? Wer rennt zuerst? Da ist ein Portal. Da springt er mal hin und her. Was ist das? SKS? Ne. Müsste die AC 80 sein. Darum ist der andere. Na ja, gut. Ich war sechster. Sag ja, fünfte oder sechster war mir nicht mehr sicher. Nicht gut. Aber wir gehen rüber zu CS. Viel Spaß. Okay, dann holen wir mal unsere Sachen. Warum schießt der auf mich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Schöne Maske. LOL Wow. Wow. Nein. Triple kill. was haben meine leute gemacht die sind genauso gestorben wie ich ich muss die m4 a1 nehmen ich kann doch mal ein pilz naschen mit pilze ist man glücklich wir haben was wir trulen probieren die tools zu snacken ach je 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 da war ja noch einer naja vielleicht habe ich ja zwei erlegt also einen habe ich los anderer stirbt auch noch ok nice hat den anderen geweckt schade meinte ich zwei kids gab also die person ist gut hier die wir sind hier bei den häusern da will ich jetzt natürlich einmal auf nahkampf gehen natürlich wie der auch wir sind irgendwie in den haus rein zu locken die leute richtig vorher schon sterben sollte da oben da kommen wir nicht hin schnell nach lang shit da waren zwei mensch das bringt also nichts wenn ich allein laufe die lauf die spiel auch zusammen muss ich auch mit meinen kollegen ist zusammenlaufen auf die hoffnung dass mich zuletzt töten und die anderen erst ich bin wo rennt denn hin ja reg dich mal zu spät er war schon fast tot das war hausholen niederlage auch wenn ich der beste spieler war scheiße 1900 der war gut und er war gut oder sie und sie wie auch immer gut dann würde ich mir sagen das war es für heute ich sage dankeschön für die zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr mal in der nächsten mal seid bis dann mit euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss und 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 und